Das sind Lisa, Tanja und Sarah. An einem schönen Sommertag gehen sie in den Zoo. Viele Tiere sind dort. Am Raubtierkäfig steht ein Schild. Ein kleiner Junge will seinen Finger durch das Gipter stecken. Die Mädchen laufen auf ihn zu. Bist du verrückt? Da steht doch ein Schild. Ich kann doch nicht lesen. Man muss lesen und schreiben lernen. Dann wird dir so etwas nie wieder passieren. Auf diesen Schreck lade ich euch alle auf ein Eis ein. Oh ja!